Schlechtwetter gibt es keines. Nur die richtige Kleidung muss sein. Vor der Ruine Helfenstein blickt man tief nach Geislingen an der Steige hinab. Diesen Prachtblick haben wir beim Ödenturm. Unter uns verläuft die Eisenbahn. Jetzt sind wir am Galgenbergfelsen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der Straubmühle kann man einfähren. Im Talgrund queret man die lausige Rohrach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vom Tiroler Felsen genießen wir einen wahren Prachtblick. Und weil heute die A8 gesperrt ist, staut sich der Verkehr das ganze Tal durch. Wahnsinn! Geislinger Raw Canyon Das ist der. Das ist der. Vom Geiselstein erleben wir einen phänomenalen Tiefblick. Das Ostlandkreuz ist unser nächstes Highlight. Beim Ostlandkreuz blicken wir ganz links näher zum Dreikaiserberg. Hinter nach Geislinger an der Steige. Und ganz drüben kann es der Ruine helfen steigen. Beim Abstieg passieren mir ein paar mächtige Felsen. Von Neue Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Bulgarten des ZDF für funk, 2017 ist ein paar Hände, die darauf ansteigen, die Art und die Farbe. Das war's für heute.